ich weiß nicht ob das schickt ich denke eher nicht 1 2 3 4 ich brauche 4 das heißt ich brauche jetzt noch ein stack ich brauche 4 8 ich brauche noch mal 8 gold das heißt es müsste genau ein stack sein ich muss gleich genau so also in höhlen würde ich an deiner stelle immer alles an gold mitnehmen das ist sehr wertvoll kannst du voll viel eisen draus machen ja ich bin nicht so tief gerade glaube ich gold gibt es auch 40 so jetzt brauche ich noch diamanten und zwar 8 diamanten brauche ich zwei stück habe ich habe ich noch irgendwo anders diamanten ich hatte doch ein paar aber die schon alle verbraten wahrscheinlich ne ja aus gold und dafür brauche ich jetzt erstmal eisen das wird dann voll wertvoll voll teuer aber ich habe ja noch obsidian diamanten aus vier gold macht man einen diamanten das heißt aus einem stack eisen kriegt man zwei diamanten raus wie viele diamanten brauchte ich 8 ich habe jetzt zwei das heißt ich brauche drei stext diamanten so müssen wir gerade aus obsidian erst mal wieder eisen machen wir müssen gleich noch obsidian firmen farmen gehen farmen das war die eine spitzhacke ja hier eine spinne voll ungesund so so kira scheiß spinne lol das war nicht mein beabsichtigtes rezept hättet wie war es aus vier gold teuer 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 ich war gerade noch ein anderes eisen dann macht das nämlich der project table alles für mich einmal kurz sortieren ja das war ja das war ja die zu hoch der belong voll und gut geht ja alles dann würde ich mal sagen m wegpunkt diese Riesenlucht. Fertig. Jetzt habe ich wieder irgendwas verpeilt, ne? Äh, auf P. P? Ja, gut, danke. Detailleistungcard von... Wegpunkt... Haus. Hier zu teleportieren. Und ich geh kurz pinkeln. Und ich bin gerade ziemlich verpeilt. Keine Ahnung, ich mach jetzt einfach. Ich meine, ich bräuchte noch... Also ich hab zwei, ich brauche acht. Plus zwei. Ich nehme jetzt einfach mal alles mit. Eigentlich müsste es jetzt passen hier. Kurzer Break. So, wieder da. Ist zwar alles in Ordnung, aber mein... Moment mal, was wolltest du dir machen? Ein MFSE oder... MFSU habe ich schon gemacht, ja. Und jetzt bin ich gerade an einem Steinbruch dran, ne? Okay. Boah. No. No. Und mein Fraps hat mal wieder alle vier, äh... Alle vier Gigabyte ein Break gemacht. Habe ich jetzt wieder richtig eingestellt. Das sollte eigentlich auch jetzt nicht die Riesenstörung bedeuten. So, wir brauchen jetzt noch eine Diamantspitzhacke. Und... Ein Redstone. Zack. Drei Diamanten machen. Aus voll viel... Äh, Eisen... Äh, Nicke... Oh, äh... Eisenbarren. Ich hab schon wieder alles an Eisen verbraucht. Erstmal... So. Nun denn. Eisenerz rein. In den Maserator. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Das brennt... Scheiße. Ist das teuer. Ich merk auch gerade, wie teuer das ist. Äh... So. Wir gehen jetzt in die Hölle und holen uns einen runter. Ach, lecker. Mach dir mal schön. Wir verzaubern jetzt mal den Stab. Frugal. Was heißt Frugal? Direkt googeln. Da sein. Ja, ihr seid noch da. Frugal, 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 Frugal. Wie weit hast deine Dings ausgerüstet? Also... Wie weit kannst du verzaubern? 30. Ach gut. Ich komm mal kurz zu dir. So. Fiete Beast Wiki ist noch offen. Wir gucken jetzt nach... Frugal. Frugal. Abbie ne. Verzauberung. Enchant. Frugal. 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 Verzauberung. 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 Gen 2. Soll ich jetzt zufrieden sein? Oder ja nicht. Oh je, oh je, ich brauch so viel Eibern, weil ich mir noch diese Kräuter machen muss. Frugal. Ne, Charging. Wenn du nen Zauberstab mit Charging hast, dann repariert sich dein Zauberstab langsam. Okay. Geil. Wie viel Kabel man aus diesem Zeug kriegt. K. M. 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 Ruppe. Ruppa, Ruppa. Ruppa. Jetzt habe ich schon wieder vergessen und frugal ist quasi so weit an den Zauberstab, das alles von Thaumcraft. Oh geil. Frugal ist Haltbarkeit am Zauberstab und Charging ist, dass sich ein Zauberstab selber wieder repariert. Ich habe natürlich keinen Öleimer mehr, ne? Eimer, das kommt weg Eisenhahnig Nehme ich mit Rubberwood kommt hier unten rein In den hier So Mein MFSU lädt sich langsam auf Das verstehe ich jetzt nicht, aber egal Der hier lädt sich langsam auf Wunderbar Wir haben hier noch Goldkabel Okay, das hier ist meine Mob Drop Kiste Plus Verzauberungsbücher Effizienz 1 habe ich, Stärke 2 Und Stärke 2 habe ich Mob Drop plus Dings Dann kommen hier so Ressourcen rein Die man nicht so oft braucht Plus Grünzeug Ich habe noch hohes Hintergrund Ähm, Holz Vier Holzbretter Ne, 5 Und links Die komplette Mitte Eine Reihe Und dann oben Mitte Achso, ja stimmt ja Boah, ich schmeiße jetzt einfach alles hier rein Der Backe in der Kartoffel Die kommen raus Ja, extra Holzhahn, weil sich die anderen nicht lohnen Boah Was? Der elektronische meinst du? Ne, ich meine hier, wie heißt das? Äh, aus Eisen Canvas Backpack glaube ich auch hier, oder? Da habe ich zu viel Wert von Kram drin Und den Motor lasse ich auch hier Es fehlen zwei Blöcke bei dem einen Stamm Ich weiß, da war ein Creeper Was? Steinziegel nicht So weit, so gut Ich brauche mehr Hast du zufälligerweise noch ganz viel Cobblestone? Ganz zufälligerweise, ja Würdest du mir das abdrücken? Muss ich überlegen Oh, komm So, dann komme ich dann noch zu dir Wo hast du das? Hast du gefunden? Mehr hast du nicht Das ist doch was Oder? Wie viel hast du jetzt? Ja Wie viel hast du? Ich gebe dir dafür gleich auch ein, zwei Stacks Ähm Obsidian Gut Wie viel hast du denn? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Ich habe fast Mein halb ist in der Tat voll mit Pflastersteinen Aber nicht nur von dir Aber auch halt So Einmal dies Einmal das Einmal Wegpunkte Einmal Portal Einmal hierhin teleportieren Und tada Rein da Leute, jetzt bin ich verwirrt Irgendwie ist das Portal an einer anderen Stelle als vorher Ich frage mich gerade, wie ich hier rauskomme 108 ist zu hoch, ne? Ich muss ein bisschen runter Gold Hätte ich mir irgendwie denken können Genau, das war doch irgendwie hier lang Ne, war es nicht Gold Mach ich da raus Ich muss sagen, du bist echt ein bisschen laut Ja, Entschuldigung Ja, Entschuldigung Ich kann mich nicht langer stellen Dies kannst nur du tun Oh, weiser Rotzfick Weiter rein Nehme ich mal hier den ganzen Scheiß raus Das ist natürlich jetzt hammer ätzend Was ist denn? Ich finde keine Lava Und mein Oh, ich hasse dieses Portal Ich hasse es einfach Folgendes Ich gehe jetzt hier raus So, und wir machen jetzt einen kurzen Break Bis gleich So, kurzer Break Da sind wir wieder Und wenn jetzt alles geklappt hat Dann werdet ihr jetzt gleich auch schnell erkennen Was sich geändert hat Und der MFSU lädt sich fleißig Schön In einem MFSU passen 10 Millionen Energie Und ich habe jetzt drinnen 500.000 Fast Jetzt fast Nur noch 400.000 Aber naja Lädt immer noch Cool, oder? Ja Mal hoffen, dass es sich gelohnt hat Jetzt hier dieser Break Wollen wir das hoffen Moment kurz Warum bist du jetzt raus? Warum haben wir jetzt wieder so eine Assi-Hölle? Oh, ich kotze gleich Moment Ich komme mal und gucke sie mir an Folgendes Ich habe die Hölle gelöscht und neu geladen Ja Und trotzdem Ist jetzt immer noch so scheiße Das ist einfach nur ein Gang auf Höhe 15 Mit lauter Sackgassen Bleib draußen Ich probiere jetzt was Während der Aufnahme Ja, während der Aufnahme probiere ich das jetzt Folgendes Skelett soll mich nicht kriegen Ach, du machst das toll gut Hier oben ist glaube ich noch ein Spin oder so Ne, das waren nur Rosen Ich bleibe jetzt hier stehen Du beschützt mich und ich Mach ein paar Settings Okay Du hast mir übrigens Ja Du hast mir übrigens eine Milini-Umscherbe beschert Bitteschön Dankeschön Dem 1 löschen Ja, löschen Wir machen das jetzt so lange So Weißt du, was mal richtig geil wäre? Sperma Ne Äh Ich komm mit Wenn wir jetzt in die Hölle gehen Müsste ja eigentlich neu generiert werden Und es ist immer nur diese scheiß Hölle auf Level 15 Boah Ist das ein Jagge und Lutschendes Scheißwechsel Ja, das ist unser Was wir ganz am Anfang hatten Und da war es ja richtig asozial hochzukommen Beschütz mich Ah, ein Schwein Nein Da wollte ich das glatten Schwein angreifen Hm Bin verwirrt Da hat man eigentlich mein Handy brummt Ich war aber nicht Da hat was Bumm gemacht Ich konnte dich doch gerade so von dir abhalten Den Mr. Blah Blah Filebrowser Feed the Beast What So, ich guck jetzt mal was passiert Wenn ich jetzt einen Neustart mache Vielleicht sehen wir uns jetzt gleich wieder Was machst du denn du? Neustart So, da sind wir wieder Hölle ist wieder gelöscht Und selber neu gestartet Gucken, ob es sich jetzt geändert hat I hope so Sonst werden wir das Portal einfach umsetzen Das geht mir nämlich jetzt zu hart auf die Eier Ich seh nichts Ich seh nichts Und genau derselbe Scheiß Ja, und wieder raus Oh, nerv Ey Besorgst du gerade noch Feuerzeug? Ja, klar Kann ich machen Lol So, kurzer Break Mein Vater ruft Bis, äh, gleich Ich muss jetzt gerade essen Und dann nehmen wir weiter auf Tideli Dann wechsle ich kurz den TS Ich sag mal, das waren die Heroes of Gaming Mit dem Jaluka Play und dem Rodrik Tschüss Tschüss